Willkommen und ein herzliches Hallo zu einer weiteren Folge Tipps und Tricks für Shotcut. In dieser Folge zeige ich, wie man Effektüberblendungen von anderen Videobearbeitungsprogrammen in Shotcut übernimmt, also quasi importiert. Der ein oder andere wird wahrscheinlich Windows Movie Maker kennen aus dem Windows Microsoft Essentials 2012 Paket mit seinen interessanten Animationen. Doch wie wir die importieren, zeige ich nun. Beginnen wir zunächst mit Shotcut und als allerersten Schritt achtet auf eure Auflösung und Framerate, die eure Originalvideos haben. Ich zum Beispiel habe 1080p in 50er Auflösung. Entweder hier raus wählen oder man kann es auch unter Einstellung Video Modus auswählen. Oder ihr habt ein benutzerdefiniertes Format, kann man sich ja hier unter hinzufügen, neue Formate kreieren. Das habe ich aber schon in den Grundlagen gezeigt. Zunächst generieren wir in Shotcut zwei Farbbilder unter Andere öffnen Farbe, wählen uns schwarz aus, ziehen die hier unten in die Timeline, gehen irgendwo mit dem Cursor hier drauf, sagen Datei Frame exportieren und benennen unsere Bilder oder unser Schwarzbild einfach schwarz. Das Ganze machen wir auch mit Weiß, wir brauchen nämlich auch noch ein Weiß. Ziehen es auch in die Timeline, irgendwo der Cursor drauf, Frame exportieren und wir geben Weiß ein. Dann können wir Shotcut schließen. Und wir sehen hier schon den Movie Maker, den ich schon mal im Hintergrund aufgemacht habe. Wir gehen auf unsere Ordner, wo wir unsere beiden Schwarz-Weiß-Bilder abgespeichert haben. Ziehen sie hier in Movie Maker hinein. Einmal schwarz zuerst und Weiß zum Schluss. In Movie Maker gibt es Effektüberblendungen, die Shotcut noch nicht hat. Zum Beispiel hier. Oder auch ein schöner Effekt ist dieser hier. Und wenn wir hier noch weiter runterscrollen, finden wir hier noch weitere Effekte. Schachbrett, viele Kreiseübergänge. Was allerdings 3D und Bewegtbild-Animationen angeht, wie zum Beispiel hier. Oder gehen wir hier mal weiter runter. Hier auch diese Einblendungen, wo das Bild noch speziell skaliert werden muss oder berechnet werden muss. Zum Beispiel hier. Ich mache das mal besser sichtbar. Und zwar werde ich mal hier Felsen eingeben. Und nehme mal hier den Iltis. Ich möchte den hier ganz gerne bewegt animieren, wie zum Beispiel hier. Oder am besten zu sehen ist es ja hier. Oder noch besser die Spiegelung, die wir hier eben kurz gezeigt haben. Wird natürlich das Bild gestreckt und gestaucht. Und neu berechnet. Das hier ginge zum Beispiel wieder. Und was haben wir noch? Genau hier dieser beliebte Umschlag-Effekt. Hier wird natürlich auch das Bild neu berechnet. Und das können wir für Shotcut leider nicht exportieren. Weil wir später mit einer Dateimaske arbeiten. Deswegen ja auch Schwarz und Weiß. Jetzt werden wir die beiden wieder löschen. Und zuerst mal die Bilder, die Längen der Bilder mal korrigieren. Weil insgesamt würde der Clip 14 Sekunden dauern. Beginnen wir mit Schwarz. Gehen auf Bearbeiten auf diesen Reiter hier. Und stellen ihn mal auf 5 Sekunden. Das Ganze machen wir mit Weiß genauso. Dann gehen wir wieder zurück auf den Reiter Animation. Klicken uns einen gewünschten Effekt an. Wie zum Beispiel diesen hier. Der ist jetzt hier absolut mit übernommen worden. Wir gucken uns die Vorschau an. Und hier steht 1,5 Sekunden für diesen Effekt. Den möchte ich aber nicht haben. Oder je nachdem wie ihr wollt, wie lange die Überblendung dauern soll. Ich möchte ganz gerne eine 1 Sekunden Überblendung machen. Dann definiert ihr hier für diese Überblendung eine Sekunde. Kommen wir nun zum eigentlichen Export des Filmes. Beziehungsweise des Übergangs hier. Das ist nichts weiteres, als dass wir einen Film abspeichern. Bitte nicht erschrecken, da jetzt die Maus so einen gelben Kreis hat. Das liegt daran, weil mein OBS Render Programm oder Aufnahmeprogramm diesen Bereich hier nicht anzeigt. Warum das so ist, weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich Windows Movie Maker. Hier gibt es schon vorgefertigte Abspeicher-Presets, Voreinstellungen. Und ihr seht auch, hier habe ich mir eins gemacht. Einen selber gemacht. Und zwar in der Auflösung 1920x1080x50, also 50 Frames per Second. Falls ihr eure eigene Einstellung abspeichern möchtet, dann hier unten hingehen und benutzerdefinierte Einstellungen erstellen. Das machen wir jetzt mal. Wir geben jetzt mal einfach nur aus Testes Zwecken Test ein. Machen das Ganze 1920. Und auch für unsere Auflösung, die wir benötigen und die das Originalbild auch hat. Ja, gehen wir dann hier auf 12.000 Kilobit pro Sekunde. Und wichtig natürlich auch 50 Frames per Second. Audio brauchen wir keins. Und dann können wir sozusagen abspeichern. Dann geht hier wieder ein Film auf. Hier seht ihr meine selbstkreierte Einstellung. Und dann geht ihr auf Speichern. Und dann wird das hier oben, wie eben gesehen, angezeigt. Dann möchte ich das exportieren. Mit meiner selbst definierten Einstellung. Und gebe ein horizontale Balken. Oder einfach nur horizontal. Speichere es ab. Dauert ein paar Sekündchen. Dann gucken wir uns das an. Hier kommt noch ein Zwischenfenster. Sagen wir, ach wir können mal den Ordner öffnen und gucken uns das mal an. in unserem Videoprogramm. Klar, es dauert natürlich ein bisschen, bis der Effekt da ist. Und da ist er auch. Und das könnte ich mit ganz vielen anderen machen. Nach der gleichen Weise, wie ich es eben euch gezeigt habe. Dann öffnen wir Shotcut erneut. Und geben erstmal im Videomodus eigentlich das richtige Format ein. Dann klicken wir auf die Wiedergabeliste und holen uns den soeben abgespeicherten Effekt hier hinein. Das war ja die horizontale. Und wir sehen hier, aha, die Gesamtlänge 9,1. Wir wollen aber nur eine Sekunde haben, die wir vorhin ja generiert haben. Schieben wir das Ganze mal hier in eine Spur hinein. Und werden jetzt schon mal die Sache trimmen. Und zwar so weit, bis die ersten Linien kommen. Damit machen wir ein bisschen Feintuning. Aha. Hier in der Mitte sieht man schon eine Linie. Moment, da ist sie. Dann werden wir davor schneiden. Rechtsklick an Abspielposition trennen. Rechtsklick entfernen. Das Ganze machen wir mit dem Ende des Übergangs, bis alles fast weiß ist. Na, wo bist du hier? Bisschen Feintuning. So, jetzt ist alles weiß. An Abspielposition trennen und entfernen. Und wir gucken, dass das hier an der Stelle nicht richtig ist. Gerade bei diesem Übergang ist das so. Warum? Ja, weil Movie Maker leider nicht korrekt arbeitet. Da müsste man noch ein bisschen nacharbeiten. Das habe ich dann auch gemacht, indem ich in Movie Maker die Abspieldauer des Übergangs auf 1,1 Sekunden gestellt habe und erneut abgespeichert habe. Gucken wir das mal mit dem horizontalen Balken, also mit dem neuen, welches ich erstellt habe, mit 1,1 Sekunden. Gehen hier nochmal rüber, rein. Gucken wir uns das Ganze an. Wo fängt es an? Wo fängt es an? Hier fängt es an. Runter. Trennen. Entfernen. Entfernen. Und jetzt schauen wir mal hier. Jawohl. Jetzt ist alles weiß. Trennen. Entfernen. Und wir sehen hier eine Sekunde. Das ist nicht bei allen Movie Maker Effekten so. Denn die meisten konnte ich ja, gucken wir mal eben hier rein. Transitions. Die meisten konnte ich nämlich mit einer Sekunde dann abspeichern und habe mir auch dann schon mal einen Ordner gemacht, die ich schon jeweils exportiert habe auf exakt eine Sekunde. Jetzt kommt noch der letzte Schritt. Und zwar exportieren wir unser getrimmtes Übergangsstück ganz normal auf diese Voreinstellungen, die hier schon drin sind. Wir können das Audio deaktivieren. Das brauchen wir nicht. Exportieren das Ganze hier in unserem Trimt Ordner mit dem Namen, den wir genau bezeichnen. Und zwar horizontale Balken. Das habe ich hier schon gemacht. Ich mache es aber nochmal aus Testes Gründen oder aus besser gesagt veranschaulichten Gründen zeige ich das nochmal. Äh, horizontale Balken. Steht, wird hier schon angezeigt, aber ich mache darunter noch einen Test. Wir wollen ja diesen Test ja schließlich nehmen. Hm, fertig. Kommen wir nun zur Anwendung dieses Effekts. Wiedergabeliste. Ich hole mir mal zwei Bilder rein. Und zwar diesen Felsen und diesen Iltis. Gehen wir hier nochmal rein. Zur besseren Übersicht werde ich die hier entfernen. Und dich auch. Gehen auf unsere getrimmte Animation. Also auf den Ordner. Schieben den Horizontaltest hier rein, den wir eben getrimmt haben. Und ich möchte ganz gerne den Felsen als erstes zeigen. Schiebe ich hier rein. Mach eine neue Spur auf. Ja, den möchte ich als erstes zeigen. Und den Iltis als zweites hier hinten hin. Ich mache nochmal eine neue Spur auf. Und schiebe dann unseren Effekt, den getrimmten Effekt dann hier ans Ende. Weil ich möchte ganz gerne, dass hier überblendet wird. Schiebe den Iltis hier hin. Damit das dann hier mit einrastet. Bei dem Anfang des Effektes. Und diese Spur ist sozusagen nur als Orientierung von Nöten. Damit ich das richtig hier hin schieben kann. Und diesen Felsen an der Abspielposition trennen kann. Diese Spur machen wir unsichtbar. Und jetzt wird dieses Stück mit einem Masken. Mit einer Dateimaske belegt. Auf Filter, falls ihr die nicht habt. Oder ihr sucht ganz einfach nach Mask. Da steht hier Maske von Datei. Die wählen wir an. Dann entsteht sowas. Und dann gehen wir hin unter... Na, genau. Und zwar unter Benutzer definiert. Und holen unsere neu gerenderte Datei rein. Dann schauen wir mal, ob es klappt. Jawohl, es klappt. Und so entsteht ein von Movie Maker übernommener Übergangseffekt. Ich nehme jetzt ein anderes Beispiel. Wo wir weiche Übergänge drin haben. Wie zum Beispiel Auffächern. Lass ich mal kurz zeigen. Da könnte man sehen, dass der weiche Übergänge hat. Und ich möchte ganz gerne, dass vom Iltes zum Beispiel auf ein neues Bild überblendet wird. Das nennt sich Lager. Das schiebe ich dann hier hinten rein. Zur Orientierung Auffächern. Dann nochmal hier hinsetzen. Dann was ganz wichtig ist, was man beachten müsste, ist, oder muss, ist, dass wir diesen Iltes hier an dieser Stelle trennen. Hier hochschieben. Hier hochschieben. Dann das Lager hier vorne bis an den geschnittenen Punkt schieben. Und hier dort den Maskenfilter Datei auswählen. Auf Benutzer definiert. Ausfächern auswählen. Das ist aus. Das ist diese Spur. Kann man löschen hinterher. Die ist nur zur Orientierung, wie schon gesagt. Mal gucken wir uns das Ganze mal an. Jawohl. Und wir sehen. Gehen wir mitten drin rein. Dass hier harte Kanten sind. Aber das Original war ja weich. Das ist nicht schlimm. Dann gehen wir ganz einfach hier. Na, was hat er denn jetzt gemacht? Dann gehen wir hier auf Weichheit. Wir sehen, dass wir hier weiche Kanten bekommen. Also wie in dem Original-Übergangseffekt aus Movie Maker. Nochmal gezeigt. Jawohl. Der erste Übergang. Und der zweite Übergang. Mit weicher Kontur. Ja, das war es wieder von meiner Seite, liebe Leute. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Gebt mir einen Daumen. Hinterlasst einen Kommentar. Ich sage Tschüss. Euer David van Skouten. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Und da geht es Ihnen. Ich sage es Ihnen. Ich sage es Ihnen. Ich sage etwas. Ja, Herr, wirken. Ich sage 1-2-2-2-2-4-2-2-4-4-4-4-5-4-4-4-5-4-5-5-4-5-7-4-5-4-5-7-4.